willkommen zurück zu let's play ark survival evolved ja es ist der nächste morgen wie es angekündigt habe ich habe ein bisschen gesammelt eigentlich nur die büsche die hier vorne waren oh ein supply ist natürlich runter gekommen heute nacht übrigens den wollte ich noch mal hier in der aufnahme einsammeln das nehmen wir noch mal mit und bringen es nach hause in unser zweitheim ja ist jetzt nicht gerade das brauchbar ich habe ein bisschen gesammelt hier ist bären sind dazu gekommen zwei war halt nur das was man so sammelt wenn man unterwegs ist so dann sind wir hier auch full ich habe die ausrüstung einmal kurz repariert wenn ich schon mal dabei war das metall haben wir schmilzt immer noch vor sich hin also ist alles vorbereitet werde jetzt folgendes tun ich werde versuchen nick da reinzustellen ich hoffe das geht von der fläche her muss es gerade so gehen auch mit den ganzen sachen die da noch rumstehen so er steht auf passiv das ist jetzt nicht so gut attack your target attacking target sollte ihn einer schlagen darf er angreifen aber ansonsten auf gar keinen fall bitte also nick bleibt da drin versuch am leben zu bleiben wir versuchen es jetzt auch also das thema mit am leben bleiben das werden wir jetzt auch versuchen ich wollte noch was mitnehmen bevor ich nämlich weg laufe ich wollte noch einen kompletten 50er stapel feile einstecken es geht nämlich gar nicht wenn ich das nicht tue feine 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 oben müssen rein für ich habe vollen 50er hier noch irgendwo genau die 50 feile habe ich noch heute nacht gekraftet nebenbei so viel noch dazu die vorliegen im notfall will ich daraus nämlich neue narkose feile machen wenn 63 nicht ausreichen weil ist so ich habe einfach angst vor dem narkose wert von dem vieh ich habe gar nicht angst vor dem drachen selber muss ich ja mal eben zugeben da ist so movement speed ist natürlich schnell feuerspeine ist die eine sache ich werde nicht mehr viel sehen können ich kann versuchen ihnen dann das problem ist er jetzt gerade mit dem pippte beschäftigt was war das die bellen gut solange ich jetzt nicht in einem giga oder irgendeinem scheiß in die arme laufe oder einem t-rex level 100 oder so ein scheiß sollte das jetzt eigentlich relativ gut machbar sein so ich stehe gleich vor ihm das kann nicht mehr lange dauern wo ist er hin wo ist er hin da haben man wie so voll der wasserdrache er holt vor mir ab er holt echt vor mir ab vor macht er denn nicht jetzt ist er doch da jetzt bist du da jetzt auch noch mit pustet jetzt kommst du im rudel wieder oder was und ein kanu das war jetzt gerade ungünstige aktion hier der drache macht das schon du versuchst dich auch noch einzumischen nicht immer sobald irgendwas kommt wollt ihr euch einmischen ihr müsst wie hier gut das könnte eine lustige aktion werden ich habe richtig bock darauf muss ich ja mal zugeben also dann dragon 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 auch noch daneben genau kümmert ich mal um das paris heraterium da definitiv betroffen momentan hat er andere probleme wie es aussieht und er ist so irre schnell da ist ein raptor der hat hunger ist erst mal den anderen scheiß bevor du zu mir kommst hast du es sind wieder zwei keine zeit für die raptoren da laufen sie schon in diese noch voller fleißig am fressen dieser drache ist eilig hat von wem wird er diesmal gehauen vom spiel er legt sich wieder mit irgendwelchen kollegen da an die sind so zu nach pachy pachy parra mir voll in der fresse rumzulaufen le Ach man, Raptor Geh sterben Ich hab ein 70 Mein Backen, ey Ich hab gerade ein Drachenproblem Also hör auf, meine Rüstung zu zerstören, du Scheißvieh Immer diese Paris, die einem vor die Fresse laufen Was für ein Krieg Ich hätte gerne den Drachen Das war only the Dragon Alter, ein Raptor nach Meno auf ihn zu Der ist über Level 60, der macht das schon Juhu, endlich mal Ein bisschen mehr Action hier Lass mich bitte mal, naja, auf seinen Kopf zuziehen ist die eine Sache Hab ich noch einen Arm im Kopf? Ja, mindestens ein Teil steckt im Kopf Das klappt schon Die Rüstung Die Rüstung Macht das schon Hier ist ne Wand Brennen Brennen Aber hier ist gerade, was hier gerade nicht praktisch ist Ich komme hier nicht mehr raus Wieso kann ich jetzt nicht mehr aufstehen? Ich kann noch nicht mehr schlagen, Server lag oder was? Wieso kommen jetzt immer Server lags? So Ähm Ich bin Ich hab mich hingelegt Ich will aufstehen, verdammt Hm Oh Oh Jetzt kommt ne Dilo-Armee Nichts seinem Ernst, oder? Nee Nee Alle meine Dilos Oh der Drache Nein 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 du hast es mega eilig kann das aber das ist doch jetzt nicht wahr es ist kein drache und sicher rüber schwimmen wieso macht er hier so eine wieso geht er über die halbe map wir wegen dem scheiß festbacken da hat er sich jetzt nicht mehr offen um mich gekümmert das ist natürlich blöd komm zu mir nein nicht wieder abhauen du fliegst da jetzt nicht drüber wieder ein raptor ist hier nicht der alpharaptor in der nähe dann er fliegt wieder da hinten rüber eine ausdauer nicht so viel doch ich habe ausdauer das meine ich gar nicht ach mann was greifst du denn an auf alle fälle greift mich jetzt mindestens ein piranha an der box nicht doch die lo willst du mich jetzt hier verarschen im wasser ich habe ich stecke fest ich stehe auf dem piranha ist klar und die piranhas fliegen durch die luft weil es server lecker ist ich kann schon mal stehen bleiben so danke kommst du jetzt wohl komm hier runter komm hier runter komm hier runter ist ja schon wieder ein server lag gerade die ganze zeit mann die los ey und auch noch eine armee das ist so scheiße mit euch verpisst euch alle alter wie viel sind das der macht meine rüstung kaputt und die brauche ich noch aber wenn ihr hier alle rumhockt kommt der ding ins nicht wieder und auch noch ein raptor level 44 ey mann weiter geht doch mal alles weg da kommt schon der nächste ist es ja nicht weil man weiß ja wie viel hier ist vorn hey der drache ist wieder in reichweite ja ich weiß nicht habe ich ihn nicht getroffen das problem ist der kreis ist hier immer ich glaube ich habe ihn getroffen aber es interessiert ihn mal wieder mal überhaupt nicht hier hier bin ich hallo sagen doch mal an ich komme nicht an ihn ran zu blöd mich zu sehen ich bin verhungert jetzt jetzt gehst du an land oder was kommen doch mal hierher ja hier sieben fressen 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 das kann nicht wahr sein egal wo ich hingehe er sieht mich nicht auch man dragon mach hier nicht so eine scheiße jetzt haut er komplett ab natürlich ich treffe ihn aber so auch nicht wenn er so schnell ist wie sonst was treffe ich treffe ihn aber er reagiert nicht auf mich auch man es kommt ein greif willst du mich jetzt wie willst du mich eigentlich noch verarschen spiel der nächste die nächsten die los sind ja auch schon wieder on the way und laufen im futter hinterher sehen mich und gehen ins und auf mich über ich höre doch schon wieder irgendwas mit raptor nicht nur einer was kommt jetzt eigentlich alles war ein schombie willst du mich jetzt hier echt verarschen ja ich weiß dass du als nächstes kommst das andere auch ein raptor nicht man wo bist du jetzt schon wieder bitte will den raptor haben so kombinieren den drachen ran vor allem sein torpor wert ist jetzt schon wieder so weit unten das ist zum kotzen doch jetzt ist schon kein torpor wert mehr jetzt greift mich doch mal an drache kommt schon wieder was kleines nein er reagiert nicht auf mich warum nicht er greift doch nichts mehr an und der ist er ist so random am rumzappeln lande doch mal oder mach irgendwas ist er gerade wieder nervig und ich treffe nie weil der nur am rumwechseln ist was doch immer gerade für ein wort ist ich weiß nicht will der mich angreifen und ist das jetzt gerade so ein bug den der hier die ganze zeit auslöst man nicht trefft ihn nicht erst viel zu schnell wo soll ich ihn noch ganz hin zielen aber mann und die sonne gerade ne der greift doch nichts mehr an macht überhaupt nichts mehr außer hier ständig in seinem scheiß kreis rum zu fliegen ja ich treffe ihn einfach nicht ist mir scheißegal jetzt kommen mach irgendwas greift an nein er greift nicht an wieso greift er mich nicht an ich weiß gar nicht ob ich den überhaupt treffe das habe ich nur auf alle fälle getroffen das bringt mir aber nicht die los ne ortschampis ortschampis verpiss dich plus eins plus zwei plus drei plus fünf plus zwanzig ich verstehe ihn gerade nicht ich verstehe ihn gerade nicht in grises stamina sind ameisen oder libellen mann verpisst euch hier kommt immer an wenn ihr irgendwas zu futtern oder wenn ihr meint ihr könnt das ergattern wieso wieso kann er nicht mal treff ihn ja einfach nicht das ist die scheiße weil er mich auch nicht mehr angreift er greift mich nicht an er greift niemanden mehr an was reicht jetzt es reicht echt soll er doch meinen greif dafür umbringen ist mir scheiß egal aber er soll endlich aufhören zu backen ich habe ihn nur noch 18 pfeile weil dieses arschloch überhaupt nicht mehr angreift und überhaupt auf nichts mehr reagiert anstatt back da rum und fliegt den ganzen beschissenen tag im kreis ja kommt her ich habe keine zeit für euch so was ist scheiße das einfach nur nervig ist er soll er mich angreifen verdammt aber nein er greift überhaupt nichts mehr an fliegt den ganzen lieben langen tag im kreis und das nervt das ist die gülle die ist die kugel die brauche ich auch noch keine stamina mehr halt einfach die fresse scheiß spiel so sie mir 27 pfeile das ist nichts naja chompis ich weiß dass ich mir die ganze zeit hinterherlaufen komm du auch noch verschwinde endlich ja 321 jetzt mach ich will wieder rennen man es ist auch noch nebel was will ich denn noch bei welcher berg war es denn jetzt es war gar nicht der hier oder niemals war es der jetzt kommt da nicht mal mehr da hoch doch es war der richtige aber ich kann wieso komme ich jetzt hier nicht hoch verdammt ne komm mit wir haben was zu tun müssen scheiß drachen angreifen damit er uns endlich wieder angreift und ich bin verhungert und verdurstet kann das spiel mal irgendwas haben was ich jetzt gerade nicht bin so dann soll er mir vernünftig auf die fresse hauen aber nicht so eine scheiße rüstung ist auch über die hälfte weg ist ja auch ein drache ist ja aber das war hauptsächlich dieser ganze andere scheiß 20 raptoren gefühlt diese ganzen die los und allen mist da ist er greift er jetzt wieder irgendwas an auf alle fälle läuft er wieder über den boden toll kaum versuchste in der nähe zu landen was macht er er landet nicht mehr aber er greift zumindest wieder irgendeinen scheiß an also komme ich hier nie weiter er hat sich anscheinend wieder so ruhig also direkt auf mich geht er auch nicht das ist so ein mist ich bräuchte wahrscheinlich das gewährte die betäubung von dem reicht überhaupt nicht ach lass mich hier weg und nur jetzt fliegt nicht sofort wieder auf die andere seite er greift aber zumindest wieder an ich wollte sagen stehen noch auf follow eigentlich schon ja wieder die los die los die die lokos muss abnerven muss abnerven kommen geht auch auf mich also das wird mir wahrscheinlich nicht springen kann an ihm vorbeifliegen und er reagiert nicht auf mich irgendwie ist er doch sobald er über dem wasser ist backt er hier rum also den letzten narkosewert kann ich eh vergessen der existiert schon nicht mehr gerade ein wenig nervig was er tut muss man ja mal sagen vor allem jetzt bin ich wieder in seiner nähe jetzt ist er nur noch am fliegen es packt hier alles rum der da oben backt er auch der läuft rückwärtserlaufer das sind doch alles sind chompies mein gott du wirst hier nur angegriffen für die ganze zeit von irgendeinem mist darum will ich auch keinen saurier mitnehmen es bringt eh nichts die sterben eh alle instant die backen die ganze zeit das ist ja eigentlich so buggy ey cool der kommt zu mir aber das hat nichts zu bedeuten ach endlich er ist wieder da oben jetzt schnell bevor er sich so anders überlegt dann danke danke endlich reagierst du auf mich das will ich sogar so ey das will ich sogar so das will ich sogar so wie lange überleben wir ok wir haben gerade ein bisschen Zeit bekommen gehabt noch 27 Pfeile und fehlt aber gerade die kraft des Bogens aus das ist ein anderes Problem ok nein das soll nicht haben nicht gebrochen ja ich bürne mal wieder ich kann auch nicht mehr weiter nach hinten wie es aussieht hänge ich gerade an irgendwas fest aber es ist gut eh wenn er solange auf mich reagiert bin ich sogar zufrieden ich weiß aber bloß halt nicht ob das ausreicht vom vom Level her wie langsam wird es geht auf meine Lebensenergie vielleicht soll ich doch mal eben kurz gucken dass da hier was angreift hier nimm die nein ich fall hier irgendwo runter ok ok meine Pfeile gehen wir aus jetzt wird es jetzt wird es jetzt wird es übel es hätte klappen können Leute es hätte klappen können es hätte echt klappen können aber wieso kann ich nie mehr rennen komm nimm kurz den wieso nimmst du jetzt nur noch mich und nicht ihn hallo jetzt jetzt nicht mehr nur mich nehmen bitte wäre super jetzt war es das juhu es war es ah scheiße hätte klappen können jetzt hat er mich ja er hat mich hinter das Haus gesetzt jetzt kommen weg da mal sehen wie lange es dauert für die Todesmeldung von Nick kann nicht allzu lange dauern was wollte ich jetzt hier kommen Metall ist ja auch nicht viel drin ne 54 wo ist es denn jetzt Amor Metall Helm Brustpanzer Hose Schuhe Handschuhe dann sind wir wahrscheinlich Metall los ich habe nur noch drei Metall das bringt uns natürlich einen Scheiß bringt uns das ich hole mir diesen Drachen aber sowas von wir brauchen viel mehr Metall und dann bräuchte ich endlich mal das beschissene Gewehr und ich brauche Narkosemittel hallo jetzt Server lag herzlich willkommen beim Server lag ich kann nichts mehr machen so danke toll toll wieso stehe ich jetzt eigentlich wieder hier Server lag Server lag sei Dank so Server lag sei Dank so äh die nehmen wir einfach mit der Rest ist mir eigentlich gerade scheißegal ich brauche gar nichts ach toll wäre ich einfach nach draußen gesetzt ey ich nehme mal die 17 Kohle das bescheidene Fleisch kann es mir auch geben gut gut wir holen uns auf alle Fälle diesen Drachen das reicht mir jetzt da muss ich ja erstmal die normalen Bullets für machen das ist ah hier kommen show all ich habe keinen Bock mehr auf diese scheiß Anzeige dass ich nichts finde das dauert mir immer viel zu lange da was brauchen wir jetzt alles toll kann es nicht mal lesen natürlich Metall und Gunpowder Gunpowder ja Gunpowder Gunpowder brauchst du wieder Steine Flint und den Gunpowder Sparkpowder und Kohle genau dafür will ich ja die Kohle haben und Sparkpowder Sparkpowder dafür brauchst du Flint und Stone ja jetzt müssen wir wieder 10.000 Stunden Materialien craften aber der hat Gunpowder hier ist Gunpowder Wieso habe ich hier keinen Stein drin wieso ist hier nicht ein beschissener Stein drin kann mir das mal einer sagen war es jetzt eins zu eins weiß ich jetzt gerade wieso liegen hier so wenig Steine hier liegt oder sonst immer alles voll kannst du sonst hier durchlaufen und hast 500 Steine jetzt kommst grad mal auf knapp 100 Tja das ist einfach so was will ich denn hier was will ich denn hier so ein Scheiß so 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 und so komm hier rüber jetzt crafte mal ordentlich was eins zu eins nein zwei Flint das brauchen wir natürlich doppelt zu viel so wir brauchen natürlich Metall was wir hier absolut gar nicht haben nicht das ist wieso ist das hier alles Schrott alles wegen dem Scheiß Raptor weil ich hier rum scheißeln musste naja der nervt halt alle wollten hier nerven äh was war nochmal 70 Steine cementing paste ja wir müssen dann ja mal wieder einen neuen Grabstein aufstellen aber nicht mehr in dieser Folge weil den Text muss ich dann eh nur anpassen oder waren es jetzt 70 70 Steine 8 cementing paste ja muss ich mal zweimal auf Escape drücken schön dafür so jetzt kriegt der Drache aber einen ab also den hole ich mir das ist mir scheißegal und Nick lebt noch übrigens wo auch immer der gerade ist wir fliegen dann auch übrigens gleich mit dem Pip drüber ne ist klar nein nicht den Dodo da ist auch nichts drin an Metall Metall kannst du bei uns echt knicken also sowas von Scheiß 3 Metall ey Gunpowder wiegen tut der Kram zum Glück nicht allzu viel cementing paste ja hier kommt cementing paste war hier auch noch drin Hauptsache wir haben ihn schon mal so naja die cementing paste kann auch weg brauchen wir jetzt gerade auch nicht ähm da war noch Kohle drin da war noch Kohle drin Gunpowder 172 so ne wir brauchen ja richtig viel Gunpowder auch ne wir brauchen wie viel nur für die am für die Bullet 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 12 für einen Schuss aber dafür macht das Ding jetzt ein bisschen zum Würfel an Narkotik und noch mehr Metall wir brauchen auf alle Fälle tonnenweise Metall Gute bedanke ich mich erstmal wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Arx Survival Evolved und ich glaube dann vielleicht tatsächlich auf der Jagd auf den Drachen ich will den endlich haben also bis dann Ciao